Hallo liebe App-Gefahren-Nutzer, willkommen zu einem weiteren Video-Review und zwar von der App Ninjamin Bitjitsu. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, konnte es mir trotzdem merken. Kostet 79 Cent, Universal App für iPhone und iPad. Wird von Apple als neu und beachtenswert eingestuft und wir wollen mal schauen, dass es wirklich so in Ordnung geht. Wir haben einmal einen Challenge-Mode mit 15 Herausforderungen und einem Story-Mode mit bisher 8 oder 9 Leveln und einer kleinen Einführung. Es geht darum, im richtigen Moment die richtigen Tasten zu treffen, damit das Ganze eine vernünftige Musik ergibt und man sich möglichst sicher durch das Level bewegt. Um euch das mal ein bisschen näher zu bringen, schalte ich jetzt den Ton vom iPad ein und sage nichts mehr und drücke einfach ein bisschen rum. Ich muss mich auch konzentrieren, denn es ist richtig schwierig. Ups, da sieht man schon, wenn man daneben drückt, dann passiert sowas. Wir fangen mal von vorne an. Soll es sich auch berühmte an. Wenn man die Frage nach oben geht, dann geht es um ja mit einer Bühne zu füten. Soll es ein wenigstenswert? Soll es sich gut aus, aber es ist ja ob wir Bühne zu füten. Soll es sich nicht aus, dass das mehr Bühne zu füten. Soll es das nur ein bisschen ... Soll es sich gut aus, dass wir jetzt sind. Soll es sich gut aus, dass du eine Bühne zu füten. Also es gibt verschiedene Wege, die man einschlagen kann, je nachdem, wo man welchen Weg trifft. Okay, das war wieder nix. Diesen gehe ich nach, hasse ich wirklich. Man kann ihn auch irgendwie umgehen. So wäre es nicht gewesen. Wir versuchen es nochmal. Nein! Ich weiß jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Note B. Es geht also noch besser. Wenn man mehr Punkte sammelt, kriegt man natürlich auch eine bessere Endbenotung. Die Zeit ist ausschlaggebend und es gibt drei Schätze, die man irgendwo finden kann. Das haben wir nicht geschafft. Auf jeden Fall ist dieses Spiel Ninjamin Bi-Jitsu für 79 Cent durchaus nette Geschichte. Wer auf solche Tap-Tap-Spiele steht, wo man zum richtigen Moment auf die richtige Taste drücken muss, kann später ein bisschen frustrierender werden. Das sieht man schon im ersten Level. Aber wer Spaß an sowas hat, kann hier auf jeden Fall mit reinem Gewissen zuschlagen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut.